Gemeinsam Flügel geben. Unter diesem Motto haben das Sozialministerium des Landes, die Landesvereinigung für Gesundheitsförderung und die Unfallkasse MV zum Kindergartentag nach Güstrow eingeladen. Am 21. April war es wieder soweit. Zum 19. Mal trafen sich Erzieherinnen und Erzieher gemeinsam mit anderen Vertretern der breit gefächerten Berufsgruppe zu einem Tag voller Spannende Begegnungen, Emotionen und Erfahrungen. Das 19. Mal in Folge gab es keinen einzigen freien Sitzplatz im großen Hörsaal der Güstrower Fachhochschule. Ein ganz spezifisches Phänomen. Wir haben offenbar wieder Themen gefunden, die auch für die Erzieher von Interesse sind, für die Erzieherinnen und Erzieher. Wir haben jedes Jahr ja inzwischen zum 19. Mal eben sehr interessante Themen, die auch wirklich sehr praxisnah sind und das reizt offensichtlich immer wieder. Als Schirmherrin des Kindergartentages erläuterte die Sozialministerin Stefanie Drese die aktuelle Kita-Offensive des Landes. Eine der wichtigsten Botschaften mit der für Januar 2019 geplanten Einführung der Geschwisterkind-Regelung zahlen Eltern nun auch für ein Kind von der Krippe bis zum Hort. Damit stellt das Land dann bereits etwa 54 Millionen Euro zusätzlich für die Entlastung von Eltern bei den Beiträgen für die Kindertagesförderung zur Verfügung. Und das ist natürlich längst nicht alles. Die Erzieherinnen und Erzieher haben einen großen Schatz an Wissen, den sie einfach durch jahrelange Arbeit mit unseren Kleinsten angesammelt haben. Und ich möchte gern, dass wir mit der neuen Erzieherausbildung beispielsweise dieses Wissen nicht verloren gehen lassen, sondern die jungen Leute, die sich für diesen Beruf Erzieherinnen und Erzieher interessieren, an diesem Wissen noch teilhaben zu lassen. Die Unfallkasse Mecklenburg-Vorpommern ist seit Jahren ein fester Partner und auch Mitorganisator des Kindergartentages. Mit ihrem fachlich gut besetzten Infostand und auch thematischen Workshops wollte die Unfallkasse sowohl Kindereinrichtungen als auch Eltern vor Ort unter die Arme greifen. Eine in jeder Hinsicht sichere und gesunde Kita ist das Ziel der Unfallkasse mit allen dazugehörigen Facetten. Die Kindergärtnerinnen und Kindergärtner, die Erzieherinnen und Erzieher, das sind unsere Ansprechpartner, unsere Multiplikatoren. Wir sind dafür verantwortlich, wir fühlen uns dafür verantwortlich, dass die sicher und gesund ihren Arbeitsalltag verbringen können, dass sie sich wohlfühlen. Letztlich können sie das dann auch transportieren an die Kinder. Wenn Kinder klein sind, brauchen sie Wurzeln. Wenn sie größer werden, gibt ihnen Flügel. Auf diesen alten Spruch baute der Kinder- und Jugendpsychologe Thomas Rupf seinen Impulsvortrag auf. Neben zahlreichen Tipps gab er auch aus der langjährigen Erfahrung heraus den wichtigsten davon. Im Umgang mit Kindern niemals den Humor verlieren. Ernst aber kann es dann werden, wenn die Eltern ihre Aufgaben einfach auf Erzieher verschieben, warnte dabei Thomas Rupf. Das hat auch sehr viel mit dem Dienstleistungsgedanke zu tun, dass man eben sagt, wir zahlen Geld und dafür verlangen wir Leistungen. Davor warne ich immer so ein bisschen, weil die Bindung gehört immer zwischen Kind zu den Eltern und das heißt, die Eltern sind immer noch in der Verantwortung und haben den meisten Anteil von der Gewichtung her, was das Kind und die Erziehung des Kindes betrifft. In knapp 30 Workshops zu ganz verschiedenen Themen konnten die Teilnehmer des Kindergartentages viel Neues lernen und aufregende Erfahrungen sammeln. Begegnung mit sich selbst, Selbstachtung und Selbsterkenntnis standen dabei im Mittelpunkt. ... ... Vielen Dank.